Wir sind heute zu Besuch bei der MANS AG, unserem assoziierten Partner in dem COMVA-Projekt, gemeinsam mit der STIEL AG und der Daimler AG und haben unser COMVA-Kick-Off-Projekt-Meeting gehabt, in dem wir eben gemeinsam die nächsten Maßnahmen für dieses Projekt beschlossen haben. Meine Funktion in dem Projekt COMVA ist, dass ich mich um den organisatorischen und praktischen Aufbau dieser Firma, die es ja tatsächlich ist, kümmere. Also meine Vision, welche Chancen dieses Projekt COMVA mit sich bringt, ist, dass wir perspektivisch luftfahrtzertifizierter Hersteller für Batterien werden und eben weiterhin technologiegetrieben agieren. Technologie steht vor allem, also Technologie setzt sich gleich mit Qualität und Performance und an der zweiten Stelle kommt der Preis. Wir haben uns die beiden Partner Daimler AG und STIEL AG ausgesucht, weil sie einmal relativ komplementär zueinander sind. Der eine macht Geräte, hat andere Anforderungen an die Zelle, also er macht Motorsägen oder Heckenscheren und so weiter. Das sind eben bekannte Produkte, aber aus dem Premium-Segment, hochwertigste Werkzeuge letztendlich, wo es auf High-Power-Zellen ankommt und die Firma Daimler wiederum hat, muss einen Fokus vor allen Dingen auf Reichweite, also hoch energiereiche Zellen haben. Das Auswahlkriterium, was uns noch entscheidend war, ist, dass letztendlich beide sehr, sehr langfristige und solide Entwicklungen planen im Bereich Batterien. Das ist niemand, der sprunghaft agiert, sondern die meinen es ernst und wollen eben ganz nah an die Zelle ran. Die größten Herausforderungen, die wir kurzfristig vor dem Buch haben, ist der Aufbau, letztendlich der Fertigung. Das Akquirieren natürlich auch von Kundenprojekten, wo wir mit langfristig eine Firma, die Custom Cells Tübingen, zum Erfolg führen können. Und es ist auch nicht geschenkt, eben so eine Batterieproduktion aufzubauen. Wir haben zwar sehr viel Erfahrung in Itzehoe sammeln können und stellen einige tausend Zellen dort pro Monat her, auch in großen Automotive-Formaten. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, das in eine Mittelserie, wie wir das nennen, also bis 1,2 Millionen Zellen pro Jahr herzustellen und die Ausschussraten in den Griff zu bekommen. Die sind natürlich ein sehr wichtiges Stellglied für eine erfolgreiche Produktion. In Deutschland sind wir nicht Marktführer in der Batterietechnologie oder auch Produktion, sondern wir sind Nachfolger. Und mit dem Projekt, was wir verfolgen, glauben wir, dass wir ein deutliches Stück aufholen werden im Vergleich zu den asiatischen Unternehmen oder in Bezug zu den asiatischen Unternehmen. Und ansonsten muss man, wenn man in den Markt schaut, gibt es eigentlich keine signifikanten Hersteller, die in Deutschland produzieren. Und die Warta mit den Micro-Batteries adressiert vor allem den anderen Markt und die anderen Hersteller sind häufig nicht auf dem technologischen Stand der Technik. Also ich sehe mich immer als Pionier so ein bisschen. Ich mag es gerne, wenn man in Räumen anfängt, wo nichts ist, wo man selber etwas aufbauen kann und wo man relativ schnell dann auch sieht, da entsteht etwas. Und das ist so eine Aufgabe, glaube ich, die ich schon immer gut lösen konnte. Und deswegen ist es genau der richtige Job für mich. Also was ich dem Team für die Zukunft wünsche, ist, dass wir hier eine erfolgreiche Pilotproduktion aufbauen im internationalen Maßstab. Auch wenn es in Deutschland schon groß ist, ist es im internationalen Maßstab immer noch eine Pilotproduktion. Und dass wir beweisen, dass man hochwertige Zellen hier vor Ort herstellen kann. Und dann eben im Baden-Württemberg, in dem Herz der Automobilindustrie. Und danach gemeinsam mit diesen Partnern, die jetzt schon da sind, auch die nächsten Schritte einleitet. Und dann geht's.